Witzig, da hängen die voll auf der Blüte und machen voll die Pause. Die müssen so fertig sein, dass die echt mal eine Runde da chillen müssen. Die hängen da einfach und bewegen sich nicht. Das einzige, was hier wackelt, ist jetzt meine Hand. Krass, ne? Und wenn man die dann antippt mit dem Holzstück oder irgend sowas, dann flattern die einfach weg. Dann geht es denen wieder gut. Voll der Flashmob hier, überall Hummeln. Ja, und so ein paar Wespen, aber die tun ja nichts. Da sind auch zwei drauf. Und die chillt mal wieder, die macht auch eine Pause, die hängt da einfach nur. Ja, ist schon witzig. Teilweise sind die noch nicht auf. Teilweise gehen die gerade auf und teilweise sind die schon voll geöffnet. Also jetzt ist Hauptsaison für die Distel hier. Vielen Dank.